Wir haben uns für euch mal wieder auf einen E-Scooter geschwungen und haben uns das neue Modell von Nio angeguckt, konkret das Max-Modell, was einen starken Motor hat und auch bis zu 65 Kilometer Reichweite bieten soll. Erstmal, die App ist geil, da es die gleiche ist, die auch bei den Elektrorollern des Herstellers genutzt wird. Ansonsten ist die Verarbeitungsqualität wirklich auf einem hohen Level. Die Trittfläche des Scooters ist gut, es gummiert, man steht sicher auf dem Teil. Für mich persönlich ein Highlight ist die Beleuchtung, da man selber sehr viel sieht bei Nacht. Und insgesamt macht das Fahren mit dem Scooter auch echt Laune. Für mich ist nur der Preis mit knapp 800 Euro noch zu hoch.